EP glaubt oder EP glaubt, wie man es auch aussprechen will, ist es ohnehin fake. Nichts ist echt, alles ist Lüge. Haben Sie Geld investiert? Nicht gut? Wollen Sie wissen, ob Sie Ihr Geld überhaupt zurückholen können, ob das Sinn macht? Dann schauen Sie sich diesen Film bis zum Ende an. Bis zum Ende. Am Ende sage ich Ihnen, welche konkreten Möglichkeiten es für Sie gibt, dass Sie wieder an Ihr Geld rankommen. Hallo, ich bin Anhänger Anwalt Jochen Resch. Thema EP glaubt. Was immer das sein mag, es ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Es ist alles Lüge. Kein Cent von Ihrem Geld wurde investiert. Alles ist ein großes Theater. Schmierenkomödie. Lüge. Kein Geld wurde investiert. Alles ist Lüge. Wenn Ihnen das bewusst ist, was können Sie denn machen? Macht es Sinn zur Polizei zu gehen? Manche tun das. Ist auch nicht wirklich falsch, aber nicht zielführend. Denn eine Strafatzeige dient der Bestrafung der Täter, aber nicht der Wiederbeschaffung des Geldes. Da muss man einen anderen Weg gehen. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, können Sie mich gerne anrufen unter 0308 859 770 oder besser noch, gehen Sie auf unsere Webseite. Gehen Sie auf unsere Webseite, folgen Sie dem Link und lesen Sie den gesamten Artikel zu EP glaubt. Da erfahren Sie noch viel mehr, als ich es in diesem kurzen Film Ihnen bezahlen kann. Und Sie finden noch einen Fragebogen. Diesen Fragebogen füllen Sie aus. Sie bekommen dann von uns eine Einschätzung, eine kostenlose Einschätzung, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kostenlose. Und weil Sie mit dieser kostenlosen Einschätzung dann alle Fakten kennen, sind Sie natürlich in der Lage, Ihre Entscheidung für Sie zu treffen und wissen, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Landverfahren anschließen.